Jaaa... Okay. Ui! Ball! Ball! Ein Ball! Oha! 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 Ich fahr nochmal durch! Ui! Hä? Sehr gut, ihr Bugs! Ah! Oha! Ah! Scheiß Game! Oh man! Jetzt werden wieder diese tolle Animation! Ah! Ah! Bei mir leckt die manchmal! Mhm! Wird Zeit für ne MPC, ne? Ja, zum... der kommt ja bald! Weihnachtszeit, Weihnachtszeit Hallo, diese Teststrecke wurde ursprünglich für Menschen erstellt Aber du läufst da einfach auch gay Hier geht es um Teamarbeit Im Gegensatz zu uns müssen Menschen Teamarbeit erst lernen Jetzt kannst du da durchgehen Oder auch dadurch ist mir eigentlich echt egal Ach geil, wenn du Tab drückst Dann siehst du meine Perspektive Oha Ja, okay Du musst es eigentlich dauernd gedrückt halten Ja, warte, du musst nochmal durchs Total jetzt durch Oder ich Dann, warte Oh, da steck du mal hier drauf, geh die Tür dann auf Nee, nur die Jetzt ist sie auf Ja, danke Jetzt Kannst einfach da durch das Ja Kein Ding Wissenschaftliche Spitzenleistungen sind immer das Ergebnis von Teamarbeit Ja, Teamarbeit Oh, schon wieder zerschraubt Wenn danach wieder diese Animationen kommen, dann muss ich leider ausrasten Oh, okay, eine andere, eine andere Das ist wunderschön Und warum zeigt er ja kein Zufall, dass er wieder deinen Roboter zeigt Ja, ja Toll ist der, super Ja Einer ist, glaube ich, ein bisschen scheiße Bisschen Okay Das sieht so edel aus Das ist ein Rückwärtsgang Für Gewinner jedenfalls Ich nehme eine Abkürzung Noi Okay, und jetzt? Du musst da drüben, glaube ich, eher den Knopf drücken Was heißt hier, wir? Orange erhält fünf Kollaborationspunkte Schau, ich erhalte Kollaborationspunkte Du bist einfach nur unfähig durch die Tür da zu laufen, kann das sein? Welche Tür? Die vor dir aufstehen Ah, ah Tab für Partnerperspektive Ja, wie kommst du da jetzt durch? Ah, scheiße Warte, hier ist, hier ist, hier ist, ja, glaube ich Glaub ich auch Glaub ich auch Ah, das war's eigentlich voll unglu Egal Ne, jetzt kann ich einfach zurücklaufen Warum hast du denn jetzt mein, mein Portal zerstört, du Sack Bist du böse, du wirst es nochmal machen Ach, scheiße, jetzt komm ich auch nicht mehr raus Ja, du bist zu zau dämlich, also Ja, oh Gott, ich mach's nochmal Warte Bist du blöd Das kannst du doch gar nicht Jetzt geh raus Du hättest da drin jetzt auch einfach ein Okay, warte Du bist so zau dämlich Du kannst doch einfach durch mein Portal laufen Ja, mhm Genau Warte Oh, ja Da war was Ja, okay, ich hab ne bessere Idee Ja, danke dir Ja, scheiße Oh, ja Du bist so blöd Ich hätt dir einfach nur nochmal auf Geh da einfach mal durch und bleib da da drüben So, und jetzt mach da hinten noch eins rein Mach da hinten, da ist da ne Wo ist denn dein Problem? Und wie willst du dann reinkommen? Geh durch, geh durch Geh du, muss das Nein, geh durchsau dämlich Nein, geh durchsau dämlich Nein, geh durchsau dämlich Also, also, sorry, aber Aber, wenn du so blöd kannst du eigentlich gar nicht sein Ja Oh, weiter geht's Oh, weiter geht's Ich muss rechts durch, ich bin blau Du läufst echt so abgrundtief schwul Das ist der Wahnsinn Okay Ui, was ist das? Ui, da muss, glaube ich, halt Stein drauf Oh, mal gucken, was da oben ist Ah, da ist zum Beispiel schon mal ein Knopf Schau mal, was auf der anderen Seite ist Auch ein Knopf Oh, oh Ich hör nichts Kann sein, dass wir gleichzeitig drücken müssen Okay, auf drei Eins Zwei Drei Was für ein Kick Alter, da ist ja noch ein Knopf Ah Ich glaub, da hat was zu bedeuten Hä Hä, will ich mich jetzt verarschen Muss man, ach, dann muss man noch eine Reihenfolge Schau da Erst muss man drei Äh, erst muss man das Dreieck Dann X Dann Punkt Dann Mond Wo bist du, siehst du Also Das heißt, ich muss erst da oben drücken Und dann Ich muss erst oben und unten drücken Und dann Das ist eigentlich easy Okay, dann mach mal Mach doch mal höher Dann musst du deine halt machen Was heißt Ja, ach, das muss Du musst Gas geben Du musst da noch machen Ich hab schon Du musst deinen noch hinkriegen Du bist doch schlecht Nee, wir sind einfach so langsam Ah, okay Dann machen wir's nochmal Nein, nein Setz dir deinen gleich Ja, genau Ja Ich hab's doch geschafft Und dann muss ich dann wieder da hochlaufen Ja Okay Ui Ball Ball Ein Ball Oha, oha Oha Fahr doch mal durch Warte, warte mal Danke, das bin nämlich ich Ja, du wärst ja wohl nicht drauf gekommen Ja, komm Alter Wär das doch nicht mal gecheckt Dass wir deine Reihenfolge machen müssen Jetzt mach's mal auf Jawohl Schau Mein Roboter kann auch was Das ist nämlich der P-Buddy Der ist cool Oh, mein ist deine Atlas Und mein heißt P-Buddy Ach, für ein Scheißname Kann ich nicht sein Siehst du doch Bäm Ja, sehe ich jetzt hundertmal Bis sich dieser Rote öffnet Oder Wollen wir auch Nein Wir machen durch Ich schneid's dann einfach Ich denk mal, dass du das dahin leuchten musst Alter, Alter Au, au, au Alter, lass es Lass es, Mann Jetzt kann's einfach durchleuchten Jo Brauch'n wir noch ein Lass es, Vincent Du musst auch noch ein Portal machen Du Genie Warte, ich mach das So, so Alter, lass es jetzt, Vincent Jetzt haben wir das Erste Du musst noch Warte, ein bisschen weiter rechts Du musst auch noch ein Portal machen Irgendwie Ja, hier hinten Nee, ist ja kein Haben wir noch so'n Stein? Nee, nee, das geht anders Ich glaub eher, dass das da am Ende sein muss Ich muss meins da hin machen Au, aua Ist da eine weiße Wand? Nein, auch nicht Hm Ah, muss einfach Warte Schau, und jetzt machst du deins da hin Nein Nein, ein anderes Portal Doch, doch Hat's schon stimmt Ja, doch, okay Jetzt muss ich das nur noch gerade rücken Aber der andere noch nicht Ja, so Ja, so Sind's beide? Okay Ja Okay Wenn's dann Nein, dann bin ich auch wieder rausgeschmissen So, kack Ja, komm Achso Wann, oh Wupp 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 Was bringt das mal nicht da drauf? Ah, da Meine, 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 meine Sack Ey, da drüben sind ja Mäh, Gott, nicht durchschießen Wupp Wupp Ja, okay Ja, ruhig, ruhig, ruhig Ja, okay, mach du das Alter, lass es, lass Ja Was soll das? Die gehören zu uns Ah, Monster gehören zu uns Da muss auch noch einer hin, oder? Ja, geht doch easy Bist so blöd Bist so blöd Bist so blöd Au, äh Ja, 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 wär's blöd Da, vielleicht auf die Wand hier Soll wir auf die machen? Nee Nein Nee Oh Brennt sich selber an Was machst du da hinten eins hin? Da, hinten Ich hab' gleich weiter gedacht Ja Scheiße Scheiße Du ä Ich hab' ihn nicht aus, bitte! Jaaaaaaaaaaay!! Haar für mich! Oh, ihr werdet immer zerlegt! Ist zwar echt... Bis zum nächsten Mal.